Ne, Natur-Urin schon wieder dran. Ich hab schon wieder ein urinfarbiger Oberteil an. Und ich bin schon wieder am Bier trinken. Und ich bin schon wieder am Liex braten. Vielleicht Liex frießen mit Salat und ein bisschen Brot und Scheißnudeln. So, jetzt Video Nummer 6 von der Zehn-Tages-Wanderung. An dem Tag bin ich diese Strecke gelaufen. Immer noch Harzer Hexenstieg von Okerstausee über Altenau nach Turfoss. Wir sind da insgesamt 19,6 km gelaufen. So, jetzt Video Start kommt. Guten Morgen. Wir haben jetzt gleich 9 Uhr und gleich ein Zelt abbauen. Erstmal piekeln und dann loslaufen, nach dem Abbau loslaufen. Mit Scheißbeinen. Zähne waschen. Mit Scheißzahnbürste. So, jetzt Scheißzelt abbauen. Geschärft, diese Scheiße hier rein zu machen. Wir haben hier gepennt. Jetzt gleich loslaufen. Ne, weil diese Harzflusswasser besser ist als diese Wasser von Scheißleitung. Kann man diese Scheißflasche hier auffüllen. Das schmeckt voll cool. Das hat mir frisch dran. Diese Scheißflasche. Hier Wasser von Fluss. Von voll cool Fluss. So, halb 10 Start kommt. Waldduft von Wald kommt. Waldduft. Ne, diese Scheiße kann man immer noch fräsen. Voll cool Aussicht. Da hinten ist Altenau, da gehen wir schon wieder hin. Vielleicht kommt, vielleicht kommt Supermarkt. Vielleicht können wir da Bier kaufen. So, da sind wir mit unseren Scheiß Taschen runtergelaufen. So, Bier trinken. Wir haben gerade voll lange gewartet wegen Auflagen. Zweieinhalb Stunden, Scheiße. Das hat nur halb aufgeladen. Aber jetzt erstmal Bier trinken und weiterlaufen. Wir laufen jetzt nach Turf raus. Wir waren gestern Altenau. Aber wir mussten heute nochmal hin, um Bier zu kaufen. Das geht die ganze Zeit nach oben. Das Arschloch muss pinkeln. Beim Berglandschaft. Und da hinten kommt Scheißgewitter. Da. Bier trinken. Das ist Altenauer Harzhüttenbier. Na ja, gerade ist Gewitter gekommen. Und ganz plötzlich, aber sowas war plötzlich Regen. Und wir haben ganz schnell Scheißzelt aufgebaut. Aber genau dann, in diesem Augenblick, wo wir es fertig aufgebaut haben, ist dieser ganz viel Regen weggekommen. Jetzt müssen wir entweder warten, bis noch mehr so ein Scheißregen kommt. Oder wenn gleich nichts mehr kommt, dann haben wir das umsonst aufgebaut. Wir sind ein bisschen nass geworden. Bier trinken. Bier trinken. Bier trinken. Wie ein Scheißzelt. Mit Scheißwetter. Wir haben hier Scheißzelt aufgebaut, wegen Scheißregen. Und jetzt ist hier alles nass. Guck mal, hier ist der voll Fettfütze im Zelt so drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber Dampf kommt von dieser Arschloch. Von diesen Scheißbeinen raus. Weil eben gerade nass war, wegen Scheißregen. Aber jetzt kommt Dampf raus. Dampf. Und Dampf kommt. So, jetzt ist dieser Scheißregen weggekommen. Und jetzt bauen wir schon wieder Scheißzelt auf. Ab. Und dann mit Scheißbeinen laufen. Weiter nach Turfhaus oder wie das heißt. So, Scheißzelt abgebaut. Jetzt ein bisschen frösen. Und Bier trinken. Und dann jetzt zum Turfhaus laufen. Guck mal, wir haben da Streifen gemacht. Diese Scheißstreifen von unseren Scheißrädern. Holzbalken gefunden. Holzbalken. Trinken. Schon wieder Bier trinken. Prost. Wir sind auch immer auf dem Weg auch nach Turfhaus. Trinkwasseranlage. Hier kann man Wasser saufen. Erst erst mal Scheißbier saufen. Und dann weiter zu gelaufen. So, jetzt wegen dieser Scheißregen. Sitzen wir hier rum. Um uns hier trocken zu halten. In so einen Scheißschuppen mitten im Wald. Und wenn Scheißregen wegläuft, dann laufen wir weiter nach Turfhaus oder wie das heißt. Turfhaus. Schon wieder Bier trinken. Auf dieses Scheißwetter. Ne, weil das immer noch Scheiße regnet, habe ich hier Kerzen gemacht. Und hier mit dieser Scheißholzplatten, äh, hier, äh, ein, hier das da gemacht. Zum Warremachen von, ein Grill. Mit Kerzenlicht. Und hier, hier haben wir eine Scheißravioli-Dose. Die habe ich gerade mit meinem Schweizer Taschenmesser aufgemacht. Und das hier, das stellen wir jetzt hier hin, damit das kocht. Damit kocht kommt. Und damit wir das gleich fräsen können. Meine erste Scheißidee mit Kerze, ähm, Scheiße funktioniert hat, haben wir jetzt so gemacht. Mit ein bisschen Scheiße, ähm, hier, wie heißt denn das? Ähm, hier Holz, äh, angezündet. Und da drunter gemacht, damit das vielleicht gleich gekochen. Das schneller. Ja, langsam kocht. Aber gleich kommt fräsen. Boah. Das ist scheiße Ravioli. Fischloch. Sag mal, holzherz. 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 Ne, ähm, Ravioli sind fertig. Haben wir reingebracht auf den Scheiß-Teller. Und jetzt Scheiß-Ravioli zu gefräsen. Ne, wir haben jetzt, ähm, halb Scheiß-Neun. Und, ähm, ähm, weil dieser Scheiß-Regen weniger geworden ist, gehen wir mit Scheiß-Bier trinken weiter. Jetzt weiter zu gelaufen. Arschloch. Hat hier, hat das da gefasst. Diese, diese Sauber, was hier rumheckt. Das ist ja voll cool, das anzugucken. Aber jetzt weiterlaufen. Ne, Fußball, hier, äh, Fußball-Pferden. Hahaha. Getriefft. Auf, ähm, auf, ähm, hier, Schild. Hier ist Straßenrand. Ha. Mit Aufkleber dran. Tja. Ha. Und er freut sich. Ja. Äh, voll cool Schimmel da hinten. Diese Landschaft. Das sieht voll cool aus. Da ist noch mehr Natur. Hahaha. Tja. Weiß nicht, ob ihr das seht, aber da hinten ist vielleicht dieser Scheiß-Brocken. Da, wo ich letztes Jahr, äh, gegen gepinkelt hab. Hey, jetzt schon wieder so ein Scheiß-Weg runterlaufen. Das ist voll cool. Ich mag das. Aber weil hier so ein Scheiß-Baum runtergefallen ist. Äh, umgekippt ist. Vielleicht, weil zu viele besoffene Menschen da drauf gepinkelt haben. Ähm, bauen wir jetzt hier Zelt auf. Äh, das Scheiß-Zelt. Und, ähm, da vorne ist so ein bisschen Scheiß-Sonnenuntergang. Und da ganz hinten, da soll irgendwo Brocken sein, glaube ich. Haben wir vorhin gefunden. Mit Augen sogar. Und hier bauen wir hier Zelt auf. Äh, Scheiß-Zelt. Und pennen wir so ein bisschen. Das ist voll scheiße, dass, dass schon wieder dunkle kommt. Aber, aber egal, wir pennen hier. Es ist halb elf. Wir sind gerade, wir haben hier Zelt aufgebaut. Und da ganz hinten sind Geräusche vom Wald. Ne. Arschloch. Ich wünsche dir eine schlechte Nacht. Arschloch. Ja? Ich wünsche dir auch eine schlechte Nacht. Dankeschön. Bitteschön. Ne. Das war jetzt, ähm, Tag sechs gewesen. Nächsten Mal mache ich, ähm, Tag acht von der Zehn-Tages-Wanderung. Ich werde jetzt erst mal wieder Bier trinken. Meine verschissenen Flecken sind immer noch dran. Von dem so machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natur-Urin. Bitteschön. Öinnce baby. Oh. Ja. Bitteschön. Bitteschön. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020